Einen schlechten Film definiert für mich, wenn ich nachdenken muss, also wenn ich wirklich so davor sitze und mir denke, was will mir der jetzt sagen oder was noch schlechter ist, man denkt, wie haben die das jetzt gemacht und aha, was hätte ich jetzt drauf gesagt und was hätte ich beim Drehbuch anders gemacht. Also wenn mich der Film nicht erwischt, nicht erfasst, dann ist es für mich typisch ein schlechter Film und das kann in beide Richtungen gehen. Entweder er ist so schlecht, dass ich mir schon überlege, wie ist er gemacht worden oder er ist so schlecht, dass ich mir denke, was, 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 was soll ich das jetzt? Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also das ist so für mich ein schlechter Film. Geärgert bei einem schlechten Film habe ich mich eigentlich nie, weil selbst wenn der Film schlecht ist, kann ich mich eigentlich darüber amüsieren. Da denke ich mir, aha, okay, da hat jemand was probiert und es versucht ja jeder zu jedem Zeitpunkt jetzt nicht irgendwas Schlechtes zu machen, sondern er möchte es ja gut machen. Insofern bin ich dann immer relativ entspannt, wenn ich sowas sehe. Aber ein schlechter Film, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist Operation Delta Force 4. Ich glaube, es war 4, obwohl ich, glaube ich, 1 bis 3 jetzt auch nicht unbedingt anschauen würde. Aber das war so ein versuchter Remake, so ein Zwischending zwischen Top Gun und all diesen Actionfilmen, wo die amerikanische Nation gerettet wird. Und das war schon sehr interessant zu sehen. Also schlechte Einstellungen, unglaublich schlechte Computereffekte, unglaublich platter Dialog. Also das war schon so witzig, das, was ich dann hingesetzt habe, dass ich gesagt habe, das schauen wir jetzt fertig an. Und das waren eineinhalb sehr unterhaltsame Stunden, aber aufgrund der Schlechtheit des Films und nicht aufgrund der Boah, bist du narrisch, ist der gut gemacht. Ein guter Film ist für mich etwas, wo ich, ja, so wie ein gutes Kunstwerk, wo ich einfach reingezogen werde. Wenn ich sitze und mir denke, wow, ist das lässig, wow. Und vielleicht dann gar nicht mehr zum Denken komme, sondern nur mehr reingezogen werde und mir danach denke, wow, was, waren das jetzt eineinhalb Stunden oder zwei Stunden? Das gibt es ja nicht. Also das ist für mich ein guter Film, wo ich sozusagen als Zuschauer mitgenommen werde und wo ich mir genau diese Dinge, diese Fragen nicht stelle. Wie ist der gemacht worden? Wie haben sie das Drehbuch geschrieben? Was wollen die damit erreichen? Genau diese Dinge nicht. Dann ist es für mich ein guter Film. Einer meiner Lieblingsfilme, die ich mir immer wieder anschauen kann, ist Die Matrix. Das ist für mich ein Film, der alles hat. Der hat eine gute Story, der hat Überraschungseffekte. Du hast nie, du weißt nie, wie es ausgeht. Du denkst dir jedes Mal wieder, böse, was ist jetzt los? Und da sind so viele Twists and Turns drinnen. Und gleichzeitig, für mich zumindest, keine großen Längen, wo ich mir denke, ja, das könnte man jetzt kürzer auch erzählen. Und daher ist Die Matrix für mich einer der Filme, wo ich mir denke, wow, echt toll und bin froh, dass es den gibt. Q-Kit ist für mich so eine Plattform, so ein Festival, wo ich mir denke, ich bin auch genauso wie bei der Matrix, bei dem Film, wo ich froh bin, dass es den gibt, bin ich froh, dass es sowas gibt. Weil ich glaube, dass es gerade in einer Zeit, wo es immer nur das Beste, das Schönste, das Größte und das Schnellste, das Beste ist, finde ich es auch gut, einmal genau auf die andere Seite zu schauen. Weil es ja nicht nur heißt, wow, der ist so schlecht und das ist ja, sondern es wird ja auch, jeder überlegt sich, warum finde ich den schlecht und was kann man da besser machen und welche grundsätzliche Situation habe ich denn, wenn etwas schlecht ist. Also ich glaube nicht, dass jeder einfach sagt, wow, das vergiss es, das ist einfach nur schlecht und deswegen wählt. Und ich glaube, in einer Welt, wo es wirklich nur um das Beste immer geht, finde ich es gut, wenn es einmal unter Anführungszeichen um das Schlechteste geht und dass man auch einmal diese Dinge sieht und Dinge verbessern kann daraus. Und was ich auch toll finde, ist, dass das ein Publikumsvoting ist und nicht jetzt wieder zwölf Leute sich zusammensetzen und auf intellektuell sich um einen Tisch setzen und sagen, war das gut oder war das gut, was finde ich jetzt schlecht, sondern dass da wirklich das Publikum entscheidet, weil letztendlich immer das Publikum entscheidet, ob ein Film erfolgreich oder nicht erfolgreich ist.